Liebe Leute, ein paar Wochen ist her, da hat Moria gebrannt und wir haben eine Soforthilfe angestoßen und die Soforthilfe sollte 1000 Schlafsäcke und 1000 Hygienepacks liefern. Stattdessen ist in kurzer Zeit das Vierfache zusammengekommen, konkret in vier Tagen und ein Haufen Spenden. Das ist Wahnsinn und das ist alles aus Regensburg und Umgebung. Ich finde, das war irre. Und weil das sogar gelaufen ist, hat uns die Attica Human Support angefragt, das ist der größte Logistiker unten, ob wir wieder eine Winterhilfe anstoßen wollen und wir haben uns entschlossen, ja, das wollen wir, weil wir wollen genau die Artikel suchen und sammeln, die Menschen für den Winter brauchen dort unten und für die Zeit und wollen das Lager von Attica Human Support ganz gezielt mit dem unterstützen, was sie brauchen. Das heißt, wir wollen bis Weihnachten für 30.000 Flüchtlinge für jeden wieder ein Care-Paket liefern. Und deshalb schaut mal auf unsere Homepage www.space-i.org. Da gibt es eine ganz genaue Liste, was wir denn suchen und ich freue mich wieder auf eine hervorragende Zusammenarbeit. Zusammen sind wir richtig stark. Dankeschön, fährt euch!